Stell dir eine Gruppe Menschen vor. Wie groß muss diese sein, damit eine mehr als 50-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass zwei Personen in der Gruppe den gleichen Geburtstag haben? Nehmen wir an, dass es keine Zwillinge gibt, alle Geburtstage gleich wahrscheinlich sind und Schaltjahre ignoriert werden. Denk kurz darüber nach. Die Lösung erscheint überraschend niedrig. Bei einer Größe von 23 Personen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Personen am gleichen Tag Geburtstag haben, bei 50,73 Prozent. Aber warum braucht man bei 365 Tagen im Jahr eine so kleine Gruppe, um eine ausgeglichene Chance auf einen gemeinsamen Geburtstag zu haben? Warum liegen wir mit unserer Intuition so falsch? Sehen wir uns mal an, wie ein Mathematiker die Chance auf einen gleichen Geburtstag berechnen würde. Dazu nutzen wir Kombinatorik, ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit Wahrscheinlichkeiten von Kombinationen befasst. Drehen wir das Problem zunächst um. Die Chance auf einen gleichen Geburtstag in einer Gruppe direkt zu berechnen ist schwierig, denn dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist einfacher, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass alle unterschiedliche Geburtstage haben. Wie hilft uns das? Entweder gibt es in einer Gruppe übereinstimmende Geburtstage oder nicht. Das bedeutet, die Chance beider Optionen muss 100 Prozent ergeben. Also ermitteln wir das Ergebnis, indem wir die Wahrscheinlichkeit für keine Übereinstimmung von 100 abziehen. Dazu fangen wir klein an. Berechnen wir zunächst die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Personen unterschiedliche Geburtstage haben. Ein Tag im Jahr ist der Geburtstag von Person A, sodass 364 mögliche Geburtstage für Person B übrig bleiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei beliebige Personen verschiedene Geburtstage haben, liegt bei 364 von 365, etwa 0,997 oder 99,7 Prozent. Also sehr hoch. Bringen wir nun Person C ins Spiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen anderen Geburtstag hat, ist 363 von 365, weil zwei Geburtstage schon vergeben sind, an A und B. Für D ist sie 362 von 365 und so weiter, bis zu Person W, deren Wahrscheinlichkeit bei 343 von 365 liegt. Multipliziert man diese Zahlen miteinander, weiß man, wie wahrscheinlich es ist, dass keine zwei Geburtstage übereinstimmen. Das ergibt 0,4927, also liegt die Wahrscheinlichkeit, dass keiner am selben Tag Geburtstag hat, bei 49,27 Prozent. Ziehen wir diese Zahl von 100 ab, erhalten wir eine 50,73-prozentige Chance auf zumindest einen gleichen Geburtstag. Das ist mehr als die Hälfte. Der Grund für eine so hohe Wahrscheinlichkeit in einer relativ kleinen Gruppe ist die überraschend hohe Anzahl an möglichen Übereinstimmungen. Wächst eine Gruppe, steigt die Zahl möglicher Kombinationen viel schneller. Bei einer Gruppe von fünf Personen gibt es zehn Kombinationen. Jeder dieser fünf kann mit jedem der übrigen vier übereinstimmen. Die Hälfte dieser Kombinationen ist jedoch überflüssig, weil die Kombination von A mit B, der von B mit A entspricht. Also teilen wir durch zwei. Aus dem gleichen Grund hat eine Gruppe von zehn Personen 45 Kombinationsmöglichkeiten. Eine Gruppe von 23 hat 253. Die Anzahl an Kombinationen nimmt quadratisch zu, das heißt sie ist proportional zum Quadrat der Anzahl der Personen. Leider ist unser Gehirn notorisch schlecht beim intuitiven Erfassen nicht-linearer Funktionen. So wirken 253 Kombinationsmöglichkeiten bei 23 Personen zunächst unwahrscheinlich. Hat es das Gehirn aber akzeptiert, ergibt die Geburtstagsaufgabe mehr Sinn. Jede dieser 253 Kombinationen ist eine Chance auf eine Übereinstimmung. Aus dem gleichen Grund gibt es in einer Gruppe von 70 Personen 2415 Kombinationsmöglichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Personen am selben Tag Geburtstag haben, liegt bei über 99,9 Prozent. Die Geburtstagsaufgabe ist nur ein Beispiel dafür, wie die Mathematik beweisen kann, dass unmöglich scheinende Dinge, etwa dass jemand zweimal im Lotto gewinnt, gar nicht so unwahrscheinlich sind. Manchmal sind Zufälle also nicht so zufällig, wie sie erscheinen. Teste dein logisches Denkvermögen mit weiteren klassischen Gedankenexperimenten. Checkst du in das unendliche Hotel ein? Oder fliegst du ins Weltall, um Einsteins Zwillingsparadoxon zu lösen? Entscheide dich, indem du auf eines der beiden Videos klickst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017